Und da holt er mir so ein langweiliges Spiel. Nachtwächter-Simulat. Wo ist denn die Puppe hier? Mensch, hallo, hallo. Kinders, was essen bei euch, äh, Jungs? Wie war das? Egal. Habt ihr das Gretus-Video, wo der Pepper gefressen hat? Das war super, oder? Wie er den Pepper gefressen hat, der Dumbabla, der Vollidiot. Ich mag ihn halt einfach nicht so, wech. Der sperrt mich immer ein. Der Mensch wäre sein Eigentum oder so. So, der hat's denn mal. So ist der. So, aber naja. So ist das klar, der war nicht besser auf mich. Der hat mal ein neues Spiel gekauft sogar für mich. Der hat gemeint, das, ähm, Pfefe, äh, ich kann kein Englisch, wech. Pfefe nix, äh, ah, Rittis. Der hat gemeint, das wäre so ein schönes Spiel mit so einer Puppe. Komm, wir gehen einfach mal rein. Der hat gesagt, bei dem Spiel musst du halt einfach nur gucken. Das ist nachts und ich muss halt umfassen, dass die Tiere keine Angst bekommen von irgendwas. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das sind so komische, ähm, Dinger, die da. Das sind so drei vollputzige. Und die haben Angst manchmal von ihren Gassen. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich von der Spinnenhutel da unten. Telefon? Hä? Hallo? Wie geht denn das da? Wo ist denn das, Telefon? Ich seh's nicht. Hallo? Hallo? Ja, ich sind's, der Henning. Ja, das ist doch Englisch. Ich versteh den nicht. Kann der wohl die Fress halten? Da sind die Tiere, ich hab's nicht gefunden. Die haben gar kein Angst im Moment. Das sieht noch so aus, noch. Und was hab ich schon noch so? Die sind so, okay, da ist ein Speisesaal, da ist, äh, Kenny, Kenny, Rumpelkammer, da ist ein Vorhang, ein Putzrahm, äh, Pizza, äh, nix, äh, ich seh's nicht, Rules, aufs Zaffelzieh, ein Gang und ein Bild. Also anscheinend sind die Figuren alle noch gesund. Ich muss jetzt kein großartig, äh, mir da Gedanken machen mit denen. Die sehen noch super aus. Gut. Was kann ich denn hier noch machen? Ich hab hier so ne U-Satsche. Hey. Ne U-Satsche. Hey. Ich hab da unten so ne U-S- Hey. Ich hab da unten so, ich pass jetzt nicht hier, ich zeig mir den Handruf. Da unten so U-Satsche. Ein Grünes. Wenn ich ein Licht aufmach, wenn es zwei, wenn ich die Tür zumache, sind es acht, zwei. Wenn ich die Kamera benutze, sind es halt acht, zwei. Ich muss aufpassen, dass die Bäserei mal die Figuren klauen. Hab ich jetzt gerade mal so verstanden mit meinem Schulenglisch. Irgendwas war noch mit Tod, aber ich glaub, da wäre natürlich nicht Todlach, wenn ich hier so ein Dieb seh. Weil ich bin nämlich breit gebaut, ziemlich schlank, 100 Kilo Handelbank. Mach ich ohne Probleme. Das mach ich da, das Hassel ich da ohne Probleme hieße, 100 Kilo. Ganz aggressiv mach ich das. Ich weiß nicht, warum der Dumbabler gesagt hat, dass er so, dass er so ein tolles Spiel wäre. Ich find das eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig. Das sind drei Figuren, die bläht umgucken wie so ein Vollidioter und ich seh die ganze Zeit nix. Und irgendwelche Räume, die mir völlig scheißegal sind. Ich muss, das sind die Köpfe und denne. Das ist mir das egal. Was mit dem Köp los ist da. Ich find das, was zählt. Ich pass auf euch auf. Also hör mal nicht so, hör mal auf jetzt. Mit dem, was du grad machst. Langweil nicht das Mikrofon so an. Also ich find's wirklich, Glinde gesagt, langweilig. Weißt du, ich hab zu ihm gesagt, Dumbabler hol mir was, was mir gefällt. Der Dumbabler, wenn es eine Sache gefällt mir nicht. So Horror, Gruselgeschichte mit so Schockscheiß. Da wein ich manchmal. Wenn ich ehrlich bin, ich wein dann. Aber sonst, ich freu mich über alles. Und da holt er mir so ein langweiliges Spiel. Nachtwäschter-Simulat. Wo ist denn die Puppe hier? Wo ist denn jetzt die Puppe hier? Wo ist denn jetzt die Puppe hier? Hä? Wo ist denn? Ähm, wo ist denn der jetzt hin? Der Kerle. Steht ja da drin. Ich seh ihn nicht. Was ist der Einbrecher, der Wasser? Was hat denn er mit der Puppe gemacht? Hä? Der Mark hat eben wieder. Ich hab ihn gesehen. Da drin war auch gesessen. Aber jetzt werd ich aber langsam mal kehren. Ah! Da ist er. Der Einbrecher. Da ist er. Ist er das? Wie mach ich den jetzt tot? Kann ich den jetzt tot schießen oder was? Ich seh es jetzt nicht grad. Wie das funktionieren soll. Da, die Geschichte. Da ist ja nur noch ein Puppe. Ah, die bringe mich um. Weil die sehen, dass die Puppe klaut sind. Da ist ja Annie. Ich hab's nicht gefunden. Und die anderen Puppe. Wo sind die? Da ist auch Annie. Kann ich ja vielleicht gerade mal wieder die Türe aufmachen. Wo sind denn jetzt die Puppe? Da ist noch Annie. Ich weiß nicht, wo das ist. Hä? Ich, das Spiel ist total langweilig. Ich weiß. Du, Baffler, was hast du mir da? Chaos, du Depp. Immerhin erschrickt man nicht. Das find ich halt. Guck mal, das steht doch schon wieder. Ja, das ist doch so ein Puppe. Kann ich die jetzt nicht aufheben, oder? Die arme Puppe, ich. Die Mann hat auch gerade, sie könnte da rumstehen und hat Angst. Hä? Was ist denn das jetzt? Das ist ja wirklich scheiß langweilig. Ich weiß nicht, was der daran findet. Ach, die Zweitheit geht jetzt weiter, oder wie? Wie ist das doch zu verstehen, hä? Aha, gut. Ich bin dabei. Hey, da ist ja schon eine Figur weg. Aber das ist ja so eine Frechheit, dass die Figur schon wieder weg ist. Wo ist denn die anderen Figur jetzt hier? Guck mal, da ist Annie. Da ist Annie. Annie, die Figur. Ich hab sie wieder gefunden. Es ist alles gut. Da steht die Figur, ich weiß. Und die Anna... Hey! Da hat Annie geklaut. Da hinten steht Annie. Aber ist das? Ich kann das nicht sehen. Aber das Licht ist so schlecht. Ist das vier Uhr? Es passiert nichts. Es passiert die ganze Zeit nichts. Die blöde Figuren stehen vor mir rum. Äh, gucke da in den scheiß Schrank rein. Das ist mir sowas von egal, was so passiert mit denen. Jetzt geht die Sonne rauf im Hintergrund. Super, ich sehe nichts mehr im Dunkeln da. Dieser, ja? Hallo? Was machst du, hä? Hell im Jett. Ah! Ah! Das war voll blöd. ARD Text im Auftrag von Funk